Musik Wir befinden uns hier in Delmenhorst in der Lindeburger Straße. Das ist hier ein Gebäudekomplex vom städtischen Bauverein, der einmal für Fassadensanierung und Dachsanierung eingerüstet wird. Wir haben hier das Super RS von Firma RUX eingesetzt. Wir sind jetzt hier bei dem dritten Bauabschnitt und insgesamt sind es dreieinhalbtausend Quadratmeter von dem RS-Material. Von einem Jahr haben wir ungefähr das erste Projekt eingerüstet mit dem RS und waren angetan und haben uns dann dazu entschieden, auf das Material in Zukunft auch zu setzen und mehr und mehr Projekte damit umzusetzen. Ja, der Vorteil ist halt, man braucht keinen Gurt mehr tragen. Man hat halt, so wie bei diesem großen Bau, muss man halt nicht mehr mit einem ganzen Rahmen durch Ecken laufen. Man kann halt mit einzelnen Teilen durchlaufen, kommt schneller durch. Das ist halt klar Vorteil. Es ist leichter. Und man hat halt einen Vorteil mit dem Gurt. Man braucht ihn nicht mehr tragen, weil man das Geländer gleich mit hochbaut. Man hat den Vorteil, dass man halt die Umecken, die Gebäudeecken deutlich besser einrüsten kann, auch die Innenecken, dass man da mit dem Modulgerüst, ja, den Bauteilen, die man da einsetzen kann, dann deutlich besser aufgestellt ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass auch ältere Mitarbeiter, die wir bewusst dann auch damit Baustellen einrüsten lassen haben, ja, durchaus die Vorteile auch gesehen haben. Wenn man den Dreh erstmal raus hat, klappt das eigentlich ganz gut mit den Handumschlägen und so. Das wird dann immer besser und besser. Vom Prinzip her dieselbe Geschwindigkeit. Es geht nicht ohne dich. Komm mit, wir steigen ganz nach oben.